Musik 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 Gut, jetzt muss es halt, äh Das letzte zu aktivieren, also wir hätten unten den Schweiderkorb können, weil oben uns daraus gefehlt hat, die Tafel Musik 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 Was ist das? Ah, das ist grad unfair. Mann, was ist denn das? Das war's richtig. Boah, schau, wie wächst sie? Wir können den irgendein mal stoppen. Ja, hoi, es geht und ich geh erstmal. Boah, das ist, das ist richtig unfair, Alter. So, jetzt will ich Bescheid, hier ist noch ein... Tut mir leid, dass ich die nette Oma von dir umgebracht hab, aber, äh, musste sein, die hat mich verpetzt letztes Mal. Ich werde aber nicht schlecht zu finden. Jetzt gibt das aber Omas Gulasch nicht mehr, jetzt weiß er, das weiß er doch, oder? Omas Gulasch gibt's nicht mehr. Es gibt nur, keine Ahnung, äh... Da muss ich die Mutti's Pudding holen. Jetzt muss ich kein Zeitalter holen, doch... Das ist ganz kaputt. Das ist ganz kaputt. Ich stehe hier vorher an dem Schaden. Und... Und... Ja, das war schon... Hey, komm mal her! Rubik! Das war ja der, oder... Genau! Da kommt der letzte Kopf dran. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch, Elektronenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. Ah, Gott. Ey, das ist schon... Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Geo Cortex. Bisschen spritzen nochmal hier. Der Neocortex. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch, Elektronenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Ist das auch verrückt, Bisse? Ich kämpfe schon mit Bäschen. Ich kämpfe schon mit Gehörten, keine Ahnung. Nein, jetzt habe ich. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Ich speichere jetzt ab. Letzter Blut. So, ich speichere jetzt ab, Vorsicht, Steiber. Ich weiß nicht, was passiert. Hier, schöne Aufschwassung nochmal. Der besorgte Typ also. Ja, was denn? Ist ganz ehrlich geschehen. Okay. Schaden über die Karte könnte ich erhöhen. Schaden über die Karte könnte ich jetzt, äh, nachschlagen, nachgeladen. Ich hatte das Schaussetzgewehr. Das Schaussetzgewehr, aber ich weiß nicht, wenn man fernen kann, wie der Ferne ergreifen muss. So, das geht's. Das ist gerade ein endloser Raum. Boah! Hä? Hä? So, da hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Wovor hast du Angst, mein Kleiner? Rubik. Ja, Rubik. Nein, böser Rubik. Wovor habe ich Angst, wo ich Angst habe, dass du mich antatschst, dass ich sterbe. Du bist Insta-Tod. Du bist Mr. Insta-Tod. Uh-oh. 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 Das macht es mit mir. Hat er gerade unsere Haut abgelöst? Das sah gerade wirklich so aus.